Rosine ist immer noch auf der Suche nach einem passenden Nestchen, weil sie da nicht zur Tuffi rein darf und jetzt macht Schrödo ihren Wätschen parat. So war Rosi. Und er sagt, das ist so ein schönes Bettchen, hier kann man auch ganz fein ein Eilchen legen. Rosi, dann komm doch mal gucken und Rosi sagt, nee, ich will zur Tuffi rein. Sieht die Lienchen? Sie beschwert sich beim Check. Guckt sich jetzt auch mal das Nest an? Nee. Ja. Was... Rosi? Ich glaube, ich schmeiß dich raus. Man sollte es nicht glauben, es gibt so zickige Hühner. Nur geh auf! Nur gehst du jetzt! Geh! 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 Rosi! So! Hopp jetzt!